Das reisende Ei Eines Tages, es ist ca. 9 Uhr, die kleine Schildkröte schläft. Plötzlich wacht sie auf, sie streckt den Kopf aus dem Panzer und erblickt ein Ei. Vorsichtig stupst sie es ein Stück von ihr weg. Dann krabbelt sie langsam hinterher. Die kleine Schildkröte spielt fast den ganzen Tag mit dem Ei. Juhu! Sie hat sehr, sehr viel Spaß dabei. So merkt sie gar nicht, wie spät es wurde. Müde schläft sie ein, das Ei liegt neben ihr. Aber als sie am nächsten Tag aufwacht, ist es verschwunden. Die Schildkröte fragt sich, wo das Ei nun ist. Kack, kack, da ist ein Ei! Der Falke bringt das Ei auf einen Baum, aber es rollt davon. Kack, mein Ei! Der Frosch kam angehüpft und als er das Ei sah, dachte er, Sieht aus wie ein Marshmallow, Quark, Quark. Ich werde ihn mit nach Hause nehmen und dort essen, Quark, Quark. Doch als er den Falten sah, quarkte er, Hey, das ist mein Marshmallow, Quark, Quark. Verzieh dich! Nein, nein, das ist kein Marshmallow, das ist ein Ei. Mir doch egal, Quark, Quark. Oh, Hilfe, Quark, Quark. Ich habe zu Hause das Licht angelassen. Quark, Quark, Quark. Das Ei macht sich selbstständig und fällt dem Wasser rein. Es landet auf einem Schiff, das in einem großen Seetreib. Von den Wellen wird es an Land geflogen. Und eine Schlange, die gerade ihren Kopf ins Wasser steckte, um etwas zu trinken, bekam das Ei auf den Kopf. Oh, ein Ei! Das Ei sprang an Land. In diesem Moment kam eine Eule. Es greift sich das Ei und fliegt damit weg. Die Schlange ruft, Halt, das gehört mir! Oh, schönes Ei, das gehört mir! Das nehme ich mit in meine Höhle, bevor es mir jemand wegnimmt. Dann fliegt die Eule auf den Baum. Das ist meins, nur meins. Plötzlich fällt der Eule das Ei aus den Kallen und rollt weg. Oh nein, jetzt ist es weg! Das Krokodil sitzt am See. Plötzlich fällt ein Ei vom Himmel und plumpst in den See. Aufgeregt holt das Krokodil das Ei aus dem See. Was ist denn das für ein Ei? Oh, es bewegt sich. Das Ei platzt auf und heraus kommt... Oh, wer bist du denn? Ich bin ein Krokodil. Ich nicht. Ich bin das Tier aus dem reichenden Ei. Kannst du erkennen, wo ich überall war? Am Tag Hola! Die sind die Der-Wahle-Ktemie, der da geholt auf den See. Der Windsor ist ein Essens. Die, bei uns, die Du auch. own wie es im Grill. Diabreißt du Teil der Undデun Walesilte.